Man muss ja mal ehrlich sein, dass wir wirklich auch heute wieder drei, vier neue gebracht haben, Jungs hier gebracht haben, auch lange Verletzte. Aber im Grunde genommen haben wir sie genauso spielen, wie wir wollten. Haben sie ein bisschen spielen lassen, kräftemäßig und das hat man ja zum Schluss auch gemerkt. Und ja, damit können wir zufrieden sein. Also wenn wir ein bisschen Konter noch zum Schluss fahren oder so, dann erschießen wir sie hier, weil viele Chancen hatten sie ja nicht. Obwohl sie spielerisch nicht schlecht sind, muss man ja sagen nach vorne, viel klein kleiner in der Mitte. Aber ich glaube Endeffekt zum Schluss effektiver und der Sieg geht in Ordnung. Wir wollen, dass wir endlich mal den kompletten Kader zusammen haben. Verletzte wiederkommen, die Kranken wiederkommen und dann wollen wir peu à peu Spiel für Spiel. Jetzt kommt der in die Spur, derselbe Gegner wie Hürttürkkel, die hinten stehen, die auch so spielen. Das war natürlich für uns ein hervorragender Test hier. Und das ist das nächste Spiel. Alles andere gucken wir. Wenn es nach oben geht, geht es nach oben. Und ja, wir sind zufrieden mit der Truppe. Sie zieht gut mit, arbeitet gut und damit sind wir sehr zufrieden als Trainerteam. Ich sage immer wieder, wenn hier so Granaten kommen wie BHK oder TB die Zuschauer bringen, dann macht das auch Spaß. Aber das ist egal. Runde für Runde. Punkt.